Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Uncharted 4 ist Thieves End, Batman Empires, jetzt mal haben wir einfach alles niedergeschossen. Ich hatte Munitionsmangel, ich wurde zerballert und irgendwie... Wow! Oh, hi! Oh, da... Was? Ach du kacke, ja genau so ging es irgendwie jetzt hier vor, gar genauso. Wir haben zwar kein Auto gejagt, aber ich bin auch toll, wenn man wird kommen. Ein Treppe, das ist sehr gut. Das Treppe nehme ich immer gerne. Oh, Alter, das ist echt ein... Ich glaube, das ist das schwerste Kapitel. Ja. Ah, ich bin oben. Und jetzt? Oh, 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 oh. Oh, Alter. Sie haben wirklich auf dem Schießen. Er schießt seinen Wagen gleich ein Lerder. Das ist nur Scheiße. Scheiße. Ja gut. halt dein blödes maul als gedanke klang das besser gut gemacht ja danke für die hilfe ich hole dich da raus meine mein gewerr ist weg schön dich zu sehen gerade noch rechtzeitig ich hatte sowieso nichts besseres zu tun ja nein wir müssen noch sam und elena finden wir haben die explosion gehört wir dachten ja das war der karl du hast ihm wieder den arsch gerettet natürlich jetzt gut gut ein paar mal was knapp aber er hat rausgerissen hey hey oh schick eine kugel hat mich gestreift du eine klippe hat mich gestreift und rave er hat seine leute direkt in eine von averys fallen geführt wegen dieser alcazar geschichte reden später darüber ja wo lang zum strand anderer seite der stadt gut ich hoffe der krawall hat keine schlafenden hunde sorry was haben wir vor was glaubst du wir haben so schnell wie möglich ab klar dass das könnten wir tun oder wir gehen in diese richtung das ist eine abkürzung abkürzung wohin zu averys schatz immerhin muss rave ganz außen rumlaufen aber wir können scheiß auf rave hey victor bei allem respekt vielleicht du weißt einfach nicht wann schloss ist wir sind alle aus demselben grund hier stimmt stimmt wir sind nicht wegen deines schatzes gekommen wir sind deinetwegen gekommen und dafür bin ich euch dankbar ehrlich aber es läuft doch und wir liegen in führung im moment wir schaffen das nathan komm sie dich um okay avery hat jedes schiff auf dieser insel versenkt und wieso weil er besessen davon war seinen schatz zu behalten ganz genau egal was es die anderen um ihn herum kostete weil er nicht wollte dass ihm jemand folgt weil er abhauen wollte sie dir das haben okay das ist seine karte der insel das ist sein schiff direkt da unter diesem berg genau da liegt unser schatz und genau dort ist rave gerade unterwegs während wir hier rumstehen und uns zanken wie kinder was wenn er die insel schon verlassen hatte und sein schiff mitten im ozean gesungen ist dann finden wir heraus wo es gesunken ist wie lange jagen wir diesen traum schon hm du und ich nichts gegen die beiden aber die verstehen es nicht doch sam tun sie tun sie wirklich okay glaub mir sie haben diese art von besessenheit schon erlebt wir sind nicht mehr diese jungs nicht mehr und wir müssen nichts mehr beweisen wo ist das flugzeug gleich da ist es weit nicht wirklich nur durch diese hafen ja aber es ist vorbei sam warte cool ja da wird ende ist das heißt die jagen sich selbst in die luft nein das heißt sie sind auf dem richtigen weg bleiben wir bei der sache ja ja klar jetzt ist ein bisschen angespannt ich bin von da runter gesprungen aber ich komme nicht mehr hoch ja vielleicht gibt es was das wir drunter stellen können gibt es doch ich meine ich kann auch ist ein bisschen verstehen aber hilf mir mal sam ok es ist vorbei wie sam schon sagte ich bin ich bin kommt jemand einen ausweg ja da noch ist es funktioniert noch Hm. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hierziehen. Ah. Oh. vielleicht kannst du die hölzerne plattform da unten erreichen ist hier irgendwas ich habe die idee ja brav wird zu spät nicht danke ich habe auch eine idee aber ich muss den sprung wagen ich wagen kommt wir machen wir springen obwohl ich glaube ich weiß wie warte mal ich habe ihn hier neben mir wein ooo ich komme meine die ist nämlich scheiße das wissen wirst du sam aber das geht auch ja meine idee war etwas speziell wir halten ihn fest du springst rüber ich habe mich aber nicht fallen ja verlockend aber nein geschafft okay wir sind so weit okay nathan du kletterst hoch und ich greif dich auch kaum nicht schon wieder schnell ja sam komm schon Komm, spring einfach, ich fang dich. Na los. Nein, 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 denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam, Sam. Ach, blöder, sturer. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie, sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Ach du Scheiße, war klar. Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abwangen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns erst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lass ihn uns einfach finden. Aber selbst Nave macht keinen Bock. Damit kommen wir über die Mauer. Bock mal auf die Schatzsuche. Danke für die Hilfe. Warte, wir helfen dir. Ah. Nett. Wo weißt du, die Schiebiger hat gesagt, wow, warte, wir helfen dir. Ja, der echte Freunde. Warte, 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 warte. Los. 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 Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nicht. Nein. Nein. Nicht ganz allein. Hör zu. Ich komm gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn's sein muss. Aber so oder so, ich hol ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah in den Berg ran, wie's geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir. Du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Riech dich auch, Cowboy. Mein Bruderzüter. Ach du, Kapitel 21. Oh mein Gott. Dann werden wir jetzt doch... Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon überall. Herr Schnäuberger. Pff, joa. Mal zu dem gruseligen Berg. Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja. Morgen werde ich über all das lachen. Okay. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Ah, da oben. Oh, komm schon. Wo ist der hin? Ah. Er hat ja auch ein Seil wie wir, glaube ich. Obwohl ich weiß ja nicht, welchen Weg er genommen hat. Wir kommen jetzt ja von einer... Etwas anderen Seite gehen wir da hin. Mehr Fußspuren. Na ja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Oh mein Gott, ich hab's... Das war eben unüberlegt. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Ach. Das wäre die Rampter-Auktion ganz umsonst. Oh gut, ich kann's verstehen. Verdammt auch mal. Aber Sam ist halt genauso, ne? Er kann nicht genug kriegen, weil wir haben's ja jetzt geschafft. Aber einerseits kann ich's verstehen. Es hat in 15 Jahren das Leben gekostet, ne? Mehr Fußspuren. Sehr gut. Tja, dann mal rein. Jetzt ist eigentlich nur noch Rave. Ja, und Nadine, ne? Ah, hier, die auch noch. Oh. Nein. Danke, danke, Bruderherzchen. Und hier springe, gehe ich noch drauf. Oh, da wären wir. Oh mein Gott. Sam! Oh, verdammt! Oh, komm! Oh, ich schwöre dir, Sam, wenn Rave und Nadine nichts nicht töten, tu ich es! Ja, Nadine hab ich jetzt ja gar nicht gedacht, ich hab mal an Rave gedacht. Nadine, ja, äh, die ist auch noch, die ist halt auch noch mit von der Partie. Ah, da wären wir zwei. Mit zwei Gegner. Cool. oh mein gott oh mein gott ich habe eine millimeter arbeit hier die animation wenn ich abgewartet jetzt geht's sehr gut also ich sollte dich umbringen dafür sam dafür dich köpfen toll danke auf dem besten beruhr der welt menschen die generation zu haben es hält doch wenigstens egal der schiff juhu endlich ok ok es reicht geht auch hier naja geht noch das sehr gut 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 Komm mit her la Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Okay, jetzt hat es geklappt. Warum? Äh, okay. Geil. Weil, ich frage mir jetzt nicht, warum es einmal geklappt hat, auf einmal, ich weiß es nicht. Irgendwie war es angenommen. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich muss ja irgendwie, ich schätze mal einfach, äh, das ist die, äh... Ich schätze mal, es war eine Feindjustierung. Aber keine Ahnung, vom... Oh, scheiße. Viel zu knapp. Ja. Weil, weil ich, wie viel Vorsprung unser Bruder hat. Das ist wohl mein Weg runter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, ja. Äh, okay. Ich hol mein Weg runter. Oh Gott, komm! Oh, zack. Äh. Ich hab doch gedacht, doch, komm. Alter Schwede, okay. Dann würde ich sagen, den Weg runter, den üben wir in der nächsten Folge nochmal. Hm, ich danke für's Zuschauen. Ich hab euch jetzt gefallen. Beim nächsten Mal geht's immer weiter. Ihr werdet es blei. Uncharted 4, es hieß es. Vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Haut rein. Bis nächsten Mal, der Pirates. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss, euer Pirates. Ciao. Haut rein. Ciao.